Wir begrüßen Sie bei Lemi und Lino, Ihrem Fachgeschäft in Mettmann für ausgewählte Baby- und Kindermoden. Wir präsentieren Ihnen ein farbenfrohes Sortiment aus individueller, hochwertiger Marken-Kindermode. Ob stylische Kleidung für jeden Tag oder außergewöhnliche funktionelle Accessoires, unsere vielfältige Auswahl hält für jeden Geschmack etwas bereit. Sie finden außerdem handgemachte Mützen, Hosen, Loops oder bestickte Kissen sowie Original-Lauflern- und Kinderschuhe aus Italien. Stöbern Sie nach Herzenslust in unserem Ladengeschäft und lassen Sie sich gerne ausführlich von uns beraten. Lemi und Lino, für Ihr Kind nur das Beste. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Breite Straße 12.